Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Ich habe heute mal mit dem Frühjahrsputz in meinem PC angefangen und bin noch mitten dabei. Und einen Schritt weiter die Grafikkarte mal sauber zu machen. Das ist eine Asus Strix GTX 980 OC. Ich wollte jetzt ganz gerne den Staub unter den Lüfterblättern reinigen. Und wollte jetzt einmal zeigen wie das geht. Und zwar, ihr habt ja diesen Metallluftleiter normalerweise damit drauf. Und da sind vier Schrauben, zwei hier und zwei auf der anderen Seite. So, diese macht ihr lose, da braucht ihr einen ziemlich kleinen Schraubenzieher für. Ich empfehle allen mit dem Magnetkopf. Dann habt ihr jetzt die Lüfter. Hier halt auf den Kühlkörpern liegen. So, ich habe jetzt schon mal einen lose gemacht. Ähm, das ist halt eine Befestigung mit vier kleinen Schrauben. Die halt auf dem Kühlkörper erfolgt. Und wie gesagt, ihr könnt den auch nur so hochklappen. Das langt aber schon, um dann mit dem Schminkpinsel oder so richtig schön drunter zu kommen. Und wie gesagt, dann macht ihr den halt wieder runter und schraubt dann wieder fest. Das gleiche mit dem nächsten. Und hier, damit ihr mal ein Größenverhältnis habt. Das sind die Schrauben, die dabei sind. Und, ja, habe ich mal irgendwas, dass man das mal vergleichen kann. Wartet mal. Die sind schon wirklich verdammt klein. Ah, ich habe jetzt nichts da. Nix tolles. Also wie gesagt, das ist eine normale, eine große, alte SIM-Karte noch. Und, ähm, wie ihr seht, bei der neuen habt ihr ja nur noch den Chip. Habt ihr ja nur noch den Chip. Und ich sage, damit ihr mal jetzt seht, äh, im Verhältnis dazu, wie klein die Schrauben sind. Da solltet ihr wirklich aufpassen. Die kriegt ihr nicht nach. Da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Ja, und dann schraubt ihr das Ganze wieder zusammen. Da müssen wir schon aufpassen mit dem Blech. Das hat eine Richtung. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist eigentlich mehr oder weniger sehr easy, da den Staub rauszukriegen. So. Ich hoffe, das war informativ. Ich wünsche euch dann noch ein gutes Jahr 2017. Und, ja, denkt auch mal an den Frühjahrsputz in eurem Rechner. Das sollte hin und wieder mal gemacht werden. Ich mache das eigentlich alle, ja, drei Monate mal richtig. Und wir sagen, das ist auch teilweise nötig. Also hier das Netzteil zum Beispiel habe ich noch gar nicht. Ich habe Staubfilter. So, das Netzteil habe ich noch nicht gemacht. So, und das passiert trotz Staubfilter. Und, also ihr solltet euch da wirklich ein paar Gedanken zu machen, dass ihr doch hin und wieder auch mal in eurem Rechner ein bisschen Staub entfernt. Okay. Bis dann. Viel Spaß. Bis dann. Bis gleich.